Mit dem neuen DLC Roads to Power, das endlich hier rausgekommen ist, gab es auch einen großen Patch, der einige Dinge umgeworfen hat. Und ich glaube, dass man sehr schnell übersehen kann oder vergessen kann, was sich da alles geändert hat. Gerade für mich als Kultur- und Militärfreak ist hier einiges geschehen, was man erwähnen sollte. Das heißt, wir steigen einmal ein und schauen uns mal die Änderungen an, die ihr auch teilweise ohne Garantie, ohne DLC spielen könnt, wenn ihr erstmal noch abwarten wollt. Denn auch da könnt ihr einiges mitnehmen, was sehr, sehr cool sein kann. Oh, und ich werde hier nicht über Renkelspiele reden. Die sind verändert worden. Das war's. Fangen wir erstmal mit dem coolsten Trade an, den wir wahrscheinlich schon alle kennengelernt haben. Denn es gibt jetzt diesen Eroberer-Trade. Diesen Eroberer-Trade könnt ihr auch ohne DLC spielen. Ihr seht schon, ihr kriegt 5 Steuern, 75% Kriegsvolkunterhalt, Titelschaftenkostungen sind günstiger und so weiter. Also extrem viele krasse Sachen. Kriegt auch den Vasallenzwangkriegsgrund, den ihr immer nur über eine Diplomatie bauen bekommt, auch sofort. Außerdem kommen immer wieder Events, wo sich Vasallen euch irgendwie Geld geben, Truppen geben und sonst irgendwas. Ein massiv starker Trade. Wenn ihr den mal gerne sehen wollt, wie man den erspielt in langer Form, guckt einfach mal im zweiten Kanal. In kurzer Form werde ich auch nochmal ein Tipp-Video machen, wie man diesen großen Eroberer erreichen kann, wenn man als Wanderer unterwegs ist. Aber sind wir ehrlich, das wisst ihr alle, dass es diesen Eroberer-Trade gibt, das ist ganz klar. Was kann man damit machen? Wenn ihr diesen Eroberer-Trade, wie zum Beispiel Saladin und so weiter habt, dann könnt ihr den natürlich sofort spielen. Ihr könnt ihn als Wanderer freischalten. Aber es gibt auch einige Regeln, die diesen Trader betreffen. Da könnt ihr einfach in den Start hineingehen und seht ganz oben, Eroberer, Eroberer, Eroberer. Es sind verschiedene Werte, die angegeben sind. Ihr seht erstmal die Häufigkeit der Eroberer, könnt ihr auf Standard stellen. Und das ist ein interessanter Fakt, denn nicht Saladin und der Gurrit bleiben die einzigen Eroberer. Ihr seht hier, alle fünf Jahre besteht eine Wahrscheinlichkeit für unabhängige Herrscher mit bestimmten Eigenschaften und Persönlichkeiten, also wahrscheinlich sehr große Ambitionen, ehrgeizig, hohe Kriegslust und so weiter und so fort, Eroberer zu werden. Und dann kriegt ihr diesen Trade eben auch, was sehr krass sein kann. Ihr könnt diese Option ändern. Ihr seht, oben ändert sich nichts. Ihr könnt sie komplett ausstellen oder ihr könnt sie verringern oder erhöhen. Sie ist um 100% erhöht, das heißt, dass diese Chance Eroberer zu spawnen noch viel höher ist. Also wenn ihr eine Herausforderung haben wollt, dann könnt ihr damit rechnen, dass KIs aus dem Boden herausschießen, die Eroberer werden. Ihr selber könnt das aber natürlich auch werden. Und dann seht ihr hier nochmal Standard, nur starke. Das heißt, nur mit beachtlicher Reichsgröße kann jemand das bekommen, nicht nur mit Eigenschaften und Persönlichkeit. Der Standard, den wir jetzt eben hatten, das hier ist wohl das Interessantste, weil jeder Charakter, der diese Eigenschaften hat, also wie gesagt, wenn ihr einen auf massiven Militär abtrimmt, ehrgeizig und tapfer, habt ihr wohl sehr gute Chancen, so etwas zu bekommen. Dann habt ihr alle fünf Jahre die Chance, ein, wenn ihr unabhängig seid, wichtig, ein Eroberer zu werden. Und ihr könnt diese Bedingungen halt anstellen oder ausstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, macht es ganz aus. Und wenn ihr sagt, ich möchte davon richtig viel haben, eine richtige Herausforderung haben, haut es halt wirklich auf ganz viele Herrscher heraus. Die nächste Einstellung, Boni. Standard, kriegt ihr halt Eroberer. Das Interessante ist hierbei, keine Boni, bringt zwar nichts, die sind aggressiver, kriegen auch nicht diesen krassen Eroberertrail, fände ich relativ langweilig. Dann würde ich es einfach generell ausstellen, sind wir mal ehrlich. Aber das hier, extrem, ihr könnt das Ganze auf extrem spielen und wie hier schon steht, extreme Spielparameter. Diese Spielparameter macht das Spiel weitaus schwerer. Denn jeder Eroberer wird nicht nur Eroberer, sondern kriegt zusätzlich einen neuen Trade, den ihr sonst nicht sehen könnt, oder Modifikator. Geißel Gottes. Ich bin die Strafe Gottes, hättet ihr keine großen Sünden begangen, hätte Gott nicht alle Strafe mich über euch fesselt. Ihr kriegt einen gottgleichen Gesundheitsbonus. Ihr könnt immer eine Invasions führen. Belagerungen sind um 50%, also die Phasen um 50% kürzer. Alle Komplotte gehen besser. Ihr könnt euch schneller bewegen. Ihr habt einen 25er Vorteil. Die Belagungswaffen sind schneller, stärker und die Kontrolle und die Seuchenwiderstand auch besser. Das heißt, mit diesem Trade werdet ihr von solchen Eroberer-KIs komplett überrannt, wenn ihr nicht perfekt vorbereitet seid. Wenn ihr das auf jeden Fall mal in irgendeinem Stream oder einem Video verarbeiten sehen will, wie ich gegen solche Leute kämpfe, haut es auf jeden Fall in die Kommentare, abonniert direkt den zweiten Kanal, dann seid ihr sicher und Twitch, dann habt ihr alles schon mal. Denn das fände ich mal interessant als Herausforderung, wenn wir mit vielen Eroberern spielen, also erhöhte Häufigkeit, plus jedes Mal Geiste Gottes. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr diese beiden Einstellungen habt, das wird kompletter Wahnsinn. Außerdem, die Frage, die ich mir am Anfang gestellt hatte und die vielleicht noch nicht jeder weiß, ja, Eroberer wird vererbt. Ihr könnt diesen Trade also konstant weitervererben. Übrigens, alles Iron Man, alles erfolgekonform. Ihr könnt also rumspielen, wie ihr wollt dabei. Ihr könnt keine Vererbung sagen, dann könnt ihr nur mit dem einen Charakter ein Eroberer sein. Oder ihr könnt sagen, alle erben. Also wirklich jeder Erbe wird diesen Trade bekommen. Entschuldigung, ich muss gerade sagen, weil das einfach total krank ist. Als habt ihr drei Kinder, die drei Sachen erben, kriegen die alle diesen Trade. Das ist natürlich komplettes Chaos. Stellt das eben auf höhere Häufigkeit, hier auf extrem, auf alle Erben. Dann werdet ihr, glaube ich, ein pures Chaos-Spiel erleben, was ihr ohne diesen Patch nicht machen könnt. Damit könnt ihr auch ohne DLC ein absolut krankhaft lustiges Szenario aufbauen, wo ihr euch so richtig challengen könnt oder einfach nur sehen könnt, wie die Welt in Flammen aufgeht. Ein weiterer interessanter Fakt, den man gar nicht so richtig erwähnt hat, außer man hat sich die Patch schon zu uns gelesen, was wohl die wenigsten machen, deswegen bin ich ja hier für euch, ist ein super neuer Trade. Denn dieser Trade ist etwas, was sich viele wahrscheinlich schon gewünscht haben, wenn es um Rollenspiel geht oder einfach sich komplett auszuholen in Crusader Kings 3. Es ist nämlich unsterblich. Ihr könnt in diesem Spiel jetzt unsterblich werden. Und mit diesem Trade seid ihr einfach nicht mehr durch Alte umzubringen. Soweit ich es verstehe, könnt ihr aber noch umgebracht werden. Also seid vorsichtig, macht euch nicht zu viele Feinde. Guckt, dass euer Ratspitze kompetent ist und ihr kompetent seid. Aber ihr könnt nicht mehr durch Alte sterben. Diesen Trade könnt ihr einfach hinzufügen. Ihr könnt natürlich keine Erfolge machen, aber dann könnt ihr euch einen super Menschen erschaffen und damit halt komplette Ausrasten, das Spiel halt sowas von dominieren, wie ihr halt lustig seid. Wenn wir schon beim Trade sind, gibt es auch noch einen verahrenden Ritter. Den kann man freischalten. Jeder Wanderer kann den freischalten. Dann könnt ihr mehr Ritter bekommen und mehr Kampfkraft durch die Kampfgeschickwerte für Ritter. Auch eine ganz interessante Sache, hat mehrere Stufen, die ihr dann auch freischalten könnt und die dann weitere Vorurteile bringen. Und als letztes noch den Stadthalter. Den haben wir euch auch schon mal im Video kurz erklärt. Das ist die Eigenschaft für das Administrative Reich. Da kriegt ihr immer Vorurteile, die sich auf das Administrative Reich beziehen. Die beiden sind eher, naja, sind halt nebenbei da, aber unsterblich. Als ich das gesehen habe, habe ich schon gesagt, was zum Teufel? Damit kann man einiges anrichten. Ich kann es euch nur empfehlen. Macht euch mal so einen Charakter und spielt damit mal eine Runde. Da könnt ihr einfach dann bis zum Ende des Spiels durchspielen und werdet wahrscheinlich Spaß eures Lebens haben. Und da wir das jetzt aus der Seite haben, jetzt kommen wir endlich zu Omnis Lieblingsdingen, die Kulturen, die Kulturtraditionen. Ich habe mich umgeguckt. Es gibt einige neue Traditionen und ich zeige euch mal die Highlights davon. Manche könnt ihr schon 867, wo wir jetzt gerade starten, sehen. Und zwar einfach die griechische Kultur. Das ergibt ja irgendwo Sinn. Die wurde komplett überarbeitet. Ihr seht nicht mehr das römische Erbe hier, sondern ihr seht vier neue Trades, wovon ich schon sagen kann, dass auf jeden Fall gepflegte Raffinesse von allen Kulturen genommen werden kann. Das heißt, das ist kein einzigartiger Trade für Griechenland, aber auch dieser Trade ist dabei. Und wir gehen hier einfach mal durch, um mal zu sehen, was sich denn da geändert hat. Denn man kann ja mit Mischkulturen, das wisst ihr ja, wenn nicht, guckt dieses Video an und guckt euch Mischkulturen nochmal genau an. Da erkläre ich euch alles nochmal. Da bin ich ja der absolute Nerd drin. Als nächstes Palastpolitik. Ihr könnt jetzt als Grieche, wie es ja eigentlich auch historisch richtig ist, Veräger Garden als Kriegsvolk rekrutieren. Diese Veräger Garden sind ähnlich wie die Veräger Veteranen. Das könnt ihr rekrutieren, wichtig, nur wenn ihr das Kaiserreich tragt. Ansonsten gibt das keinen Sinn. Und ihr müsst die Veräger Garden innerhalb dieses Spielmodi auch wirklich produziert haben. Verwandten entmannen können wir nutzen, um eben auch unsere Kinder zu entmannen, sodass sie nicht erben können, was ganz hilfreich sein kann. Ehrgeiziger Verbreiter und entstellte, unfruchtbare Anspruchsteller können ihre Ansprüche gegen Herrscher dieser Kultur nicht durchsetzen. Wenn ihr also unfruchtbar gemacht seid, durch Eunu, könnt ihr kein Erbe durchsetzen. Das hilft sehr gut beim Erbenmanagement. Außerdem ist es römisches Zeremoniell. Hier geht es einfach darum, ihr könnt jetzt Wagenrennen veranstaltigen. Dann habt die Kinder, die Herrscher geboren werden, die den Titel Bizantinisch-Kaiserreich halten, können die rupogeborene Eigenschaft haben. Die kennen wir auch schon aus dem normalen Spiel. Und das könnt ihr jetzt mehr bekommen. Erhöhte Ausgangslegitimität hatte ich ja schon im Legitimitätsvideo erklärt. Und ihr habt mehr Einfluss jetzt und Prestige und kurze Herrschaftsdauer weniger. Das war jetzt alles so viel im Jahr. Viel administratives Reich und so weiter. Gehen wir mal auf kaiserliche Tagmater, da sind wir das interessanteren Ding. Denn wir haben vier neue, na eigentlich drei neue Kriegsvölker, die wir rekrutieren können. Bloß noch mehr, da kommen wir aber noch zu. Es sind eigentlich sogar fünf, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Katafrakte kennen wir, das sind einfach die Katafrakten. Aber ihr könnt zusätzlich jetzt, im Gegensatz zu früher, könnt ihr zum Katafrakt auch noch die Akritai. Das sind Plänkler anwerben. Relativ normale Plänkler, aber fünf gute Geländeeffekte, was sehr stark ist. Also sind schon stärkere Plänkler, auch wenn der Schaden ein bisschen mau ist. Dann haben wir ein neues Belagerungsgerät, was noch nie da war. Und das sind die Ballistreihe, die sind gut für die Belagerung und können auch kämpfen, was eine Besonderheit ist. Ihr seht, gegen Sperrträger und schweres Fußvolk sind sie als Art Bogenschütze stark und können auch noch belagern. Belagungsfähigkeit ist natürlich ziemlich niedrig, aber ihr habt damit ein Belagungsgerät, das sowohl im Kampf eingreifen kann und auf drei Geländen sehr gut ist und auch noch eine Belagerung voranbringt. Und zwei Arten Konter, das ist sehr stark. Mit 35 Schaden auch nicht zu verachten, ist Richtung Armorschützen unterwegs und damit ein sehr starkes Kriegsvolk. Kann man mittlerweile dann sehr gut auch empfehlen für die Mischkultur, dass man sich Ballistreihe vielleicht als zusätzliches Belagungsgerät nutzt, ohne dass man einen Kriegsvolk, einen wertvollen Kriegsvolkslot verschwenden muss, um halt noch eine Mangonelle oder so reinzusetzen. Kann man sehr gut empfehlen. Und die Scootatoi, da sind Sperrträger, auch besonders Sperrträger, haben aber relativ reguläre Effekte, sind halt ein bisschen besser als die normalen Sperrkämpfer. Ja, und dann haben wir wieder was, was wieder die Titelkriegsvölker betrifft. Wichtiger ist, es ist hier unten auch verändert worden, denn das römische Erbe hatte ja früher weniger Unterhalt. Das gibt es hier nicht mehr. Das gibt es in einem anderen Trade. Ich zeige es euch gleich. Das ist nicht der geilste Trade. Die Rittereffizienz wird niedriger. Das ist schade. Dafür aber die Kontereffektivität höher. Die Regimenter können erhöht werden von den Titelkriegsvölker, also diese Themenkriegsvölker. Und wir haben, wie auch früher, die schwere Reiterei wird höher. Nicht mehr schwere Infanterie hat nicht mehr mehr Regimenter. Nur die schwere Reiterei. Die schwere Infanterie gibt sich halt nur hierdurch, wenn ihr Kaiser seid oder hierdurch Palastpolitik warst. Ja, und das sind dann die Sachen, die sich verändert haben. Das heißt, wir haben etwas Negatives dazu, haben dafür aber vier Kriegsvölker, beziehungsweise drei neue Kriegsvölker, die wir jetzt nutzen können. Aber die fand ich jetzt noch nicht so spannend. Deswegen gehen wir mal auf die spannendste Kulturtradition ein, die für mich sofort als euer Hinweis eine Mischkultur. Nehmt diese Kultur als Mischkultur. Und da gehen wir gar nicht weit weg. Ist ja klar, es geht im griechischen Rahmen nach Armenisch. Denn die armenische Kultur hat einen neuen Traitor zu bekommen. Die umbeugsame Azatani. Auch 867, wie ihr sehen könnt, schon zu finden. Also kann man sofort mischen, egal wo man startet. Und das ist ein absolutes Highlight. Guckt euch diese Werte hier unten an. Die leichte Reiterei, minus 15% Unterhalt. Schwere Reiterei, minus 15% Unterhalt. Reiterschützen, minus 15% Unterhalt. Schaden, schwerere Reiterei, plus 20 Flat. Keine Prozente mehr, da haben sie ein bisschen geändert. Kommen wir gleich auch noch zu. Und die leichte Reiterei, Schaden, plus 4. Und ihr könnt zusätzlich auch noch ein Kriegsvolk anwerben. Wie ich sagte, es gibt noch mehr neue. Und da sind die Ai-Rutsi, würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Und die haben als leichte Reiterei 50 Schaden, 31 Zähigkeit, 20 Verfolgung und 30 Abschirmung. Und sind im Bergpügelgut, guckt euch diese Schadenswert, plus 30 Schaden und 20 Zähigkeit. Alter Falter. Und das alles weiter und sind nur im Feuchtgebiet und im Dschungel schlecht. Extrem starke Monster, die nur ein Unterhalt pro Mond ausgehoben haben. Aber feuchtig, oben, die Größe ist wohl nur bei 50. Wir sind nicht nur in normalen Reitereien bei 100, sondern 50er Größe. Trotzdem sehe ich hier in diesem Kriegsvolk als leichte Reiterei eines der größten Potenziale. Wenn wir das mal vergleichen mit den kurdischen, die ja mit dem DLC von Persien eingefügt worden sind, den Tawashi. Die sind ja schon gut. Die haben auch die Hälfte des Schadens. Sind natürlich doppelt so groß. Aber ihr wisst ja, wenn nicht, guckt nochmal in meinen Kriegsvolk-Videos, da kommen auch noch ein paar mehr, dass wir die Buffs prozentual haben. Wenn wir die Kriegsvölker halt setzen und dadurch einen extremen Zuwachs gewinnen. Die letzte Kulturtradition, die ich zumindest gefunden habe. Wenn ihr noch welche findet, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Gehen wir wieder zum guten Richard. Habe ich ja schon mal im Video vorgestellt. Schaut es euch gerne an, wo ich verschiedene Staatsnummer darstelle, die sehr interessant sind. Und Richard hat eine spezielle Kultur, nämlich die normanische Kultur. Und auch die normanische Kultur hat eine neue Kulturtradition, die unverfrorenen Kadetten. Und da sind wir beim letzten Kriegsvolk, was ich zumindest gesehen habe, was er zufügen kann. Was aber nicht so spektakulär ist wie die leichte Reiterei, denn wir haben ja eine klassische schwere Reiterei. Und die hat wieder 120 Schaden, 55 Zähigkeit, 30 Verfolgung. Verfolgung ist recht hoch für eine schwere Kavallerie. Aber ansonsten ist es nichts besonders Überragendes. Die Werte sind auch sehr ähnlich. Wir haben Ackerland und Trockengebiet und Ebene. Gut, und den Rest wieder schlecht. Also nichts Überragendes. Allerdings counten wir auch leichte Reiterei, was ich meine relativ neu ist für eine schwere Reiterei. Und damit ist sie natürlich gut geeignet, um die, die wir eben vorgestellt haben, nochmal zu brechen oder andere leichte Reitereien. Aber sonst ist hier nichts sehr besonderes bei. Aber was interessant ist, ihr habt die Entscheidungsmöglichkeit, Abenteurer zu werden. Das könnt ihr nur mit dieser normanischen Kultur oder eben, wenn ihr euch mit der gemischt habt, machen. Dass ihr einfach spontan sagen könnt, ich will jetzt mein Landbesitzreich verlassen und dann ein Abenteuerland gründen. Gerade auch für Challenges, wenn ihr sagt, ich will jetzt ein Kaiserreich erobern, dann werde ich zum Abenteurer. Und wenn wir dann ein anderes Kaiserreich holen, das wäre eine sehr schöne Herausforderung, kann ich nur empfehlen. Und ja, die Charaktere wären viel wahrscheinlicher Abenteuer. Dann habt ihr mehr Ehrgeizig, wie wir es eben auch schon mal bei einem griechischen Trade hatten. Und wir haben mehr Kriegsführung, Kampfgeschichte, Befehlshabeigenschaften oder wahrscheinlicher. Und wir haben unten vor allen Dingen neben diesen Sachen, die wir hier haben, haben wir noch die Anwärbekosten, minus 15%. Wir haben geringere Belagungsphasenzeiten, was mit Eroberer sehr gut zu kombinieren wäre. Wir können mehr schwere Reitereigereglemente haben. Und wir haben flat 20 Schaden und 20 Verfolgung für jede schwere Reiterei. Was natürlich ein riesiger Vorteil ist, den man mitnehmen kann. Dann wären eure Conroys, wenn das wirklich so funktioniert, wie ich das hier gerade lese und das kein Bug ist oder so. Schon bei 50 Verfolgungen könnten eigentlich alles ausrotten. Ein sehr starkes Kriegsvolk durch den Trade hier halt. Sonst wäre es ein relativ normales Kriegsvolk. Und dann kommen wir schon in Verfolgungswerte, die von Conny und Reiterschützen handeln. Und dann ist es schon ziemlich stark. Sind natürlich entsprechend auch wieder recht teuer. Mit 1,5 aber glaube ich noch im Rahmen. Und als Abenteurer ist es euch ja eh egal. Aber ihr könnt sie halt auch als Landed-Character sehr, sehr gut benutzen, um ein starkes Militär aufzubauen. Und jetzt gehen wir noch zum letzten Punkt, der für mich extrem wichtig ist. Danach kommen noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich auch sehr wichtig finde, aber die man schnell runtergehandelt hat. Denn die Kulturtraditionen wurden auch noch geändert. Wir haben direkt bei der normandischen Kultur, wenn wir hier bleiben, eine Tradition, die geändert wurde. Und zwar Standhalten und Kämpfen. Wenn ihr euch erinnert, war Standhalten und Kämpfen so, dass der Unterhalt von schweren Kriegsvolken und Sperrträgern erhöht wurde. Das hat man jetzt weggemacht. Man hat also verstanden, so wie ich es im Video mal erklärt hatte mit dem Kriegsvolk. Und Krieg, guckt es euch an, dass diese Trades relativ schlecht sind. Man hat verstanden, dass das nicht geht. Man müsste diese Trades buffen, weil sonst haben die überhaupt gar keine Relevanz. Und ich finde es sehr gut bei Paradox, dass sie das verstanden haben. Denn jetzt habt ihr Standhalten und Kämpfen folgendermaßen. Ihr kriegt einfach Aufgebot mehr Zähigkeit, was schon mal gut ist, weil Aufgebot ist ja Schmutz. Und damit habt ihr es ein bisschen besser. Wichtig, ihr kriegt jetzt 8 Verteidiger-Vorteil, was extrem krass ist. Ihr habt weiterhin die Todesverluste. Gut, das ist halt der Trade-off. Aber wichtig, ihr kriegt nicht mehr negative Unterhaltskosten. Das heißt, ihr könnt diesen Trade halt niemals nutzen, weil ihr die Kriegsvölker gar nicht bezahlen könnt. Sondern ihr kriegt einfach flat Kriegsvolkstähigkeit allgemein. 1 plus 4, schwere Fußvolkstähigkeit nochmal 4 extra, Sperrträger 6 extra und schwere Reiterei 20 extra. Was den Trade auf einmal deutlich verbessert, und zwar massiv. Und hier sind wir am neuen Thema, was glaube ich kaum jemand beachtet hat, weil niemand so nerdy ist, wie wir das sind. Das heißt, diese Trades sind nämlich ganz viele gebufft oder geändert worden. Wenn wir jetzt in Stadtteilen und Kämpfen reingehen, also Kriegskunst, sehen wir das überall, dass die negativen Effekte weg sind und die positiven Effekte noch da sind. Ein anpassbarer Plänkler hatte zum Beispiel früher die Sache, dass ihr auch mehr bezahlen müsst für andere Kriegsfolge. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich mehr, müsste ich suchen, habe ich keine Zeit zu. Aber hier seht ihr einfach, der Defensivvorteil wird minus 25% verringert. Der Unterhalt geht runter und ihr habt mehr Schaden und Zähigkeit. Auch nicht mehr prozentual, was ein Mixed ist. Gut ist es dann, am Anfang ist der Trade sehr stark, weil eure Kriegsvölker einfach sofort stärker werden. Später, wenn ihr die um hunderte Prozente gewafft habt, wird der Trade schlechter. Er ist trotzdem aber noch gut für gerade schwache Bogenschützen. Ihr könnt damit erstmal einen sehr starken Vorderkriegen, fällt nachher ab. Und ihr habt oben einen neuen Fakt. Die Gebäuderei im Milizlager kann eine Epoche früher gebaut werden. Das ist immer sehr schlecht formuliert, aber ich habe das auch in einem Video, was noch rauskommen wird, weil ihr das seht, das bedeutet, dass ihr ein Milizlager auf Stufe 4 bringen könnt, wenn ihr noch die Burg auf Stufe 1 habt. Wer nicht versteht, was ich meine, guckt euch die nächsten Videos an, das kommt bald raus, hat dann nichts mit dem DEC zu tun, hilft euch aber mit dem Militärischen. Das ist ein unfassbarer Vorteil, denn damit könnt ihr Plänkler und Bogenschützen viel schneller, viel mächtiger machen und dadurch ist diese Tradition deutlich besser. Und das geht weiter. Formationskämpfe, genau dasselbe. Wir hatten vorher negative Effekte, die schlimmer waren als nur der Verfolgungseffekt weniger. Hier könnt ihr Kasernen früher bauen. Was total krank ist, eure Bogenschützen werden wieder gebufft. Das heißt, ihr könnt die anpassbaren Plänkler plus Formationskämpfe nehmen, um massiv die Bogenschützen zu buffen. Kriegt natürlich ein paar negative Effekte, aber ein bisschen 15% Verfolgung ist okay. Und ihr habt die Kasernen früher zu bauen. Könnt ihr bis zur Stufe 4 aufbauen mit Burgstufe 1. Wer versteht, was ich meine, weiß, warum ich das hier so deutlich sage. Es ist ein extremer Vorteil. Plus, ihr kriegt einfach wieder Flatboni dazu. Am Anfang extrem stark, weil ihr damit Bogenschützen richtig voranbringt, auch die Sperrträger. In Kombination mit Standhalten und Kämpfen, könnt ihr nämlich auch die Sperrträger dann schon deutlich buffen und kriegt noch einen gigantischen Verteidigungsvorteil. Und da sind wir, Verteidigungsvorteil. Ah ja, ist auch geändert worden, denn der Verteidigungsvorteil, standhafte Verteidiger, sind jetzt auf 10 Verteidigungsvorteile. Ihr kriegt 5, kriegtet ihr immer Flat. Jetzt kriegt ihr 5 und 5 in eigenem Territorium. Rechnet das mit Standhalten und Kämpfen zusammen, habt ihr 18 Boni dazu. 18. Und ihr könnt hier auch, hat sich auch verändert, Befestigung auch eine Epoche früher bauen. Ihr könnt also eure fetten Stressungsstufen erhöhen. Das macht Belagern wesentlich schwerer und deutlich anders. Eine extrem krasse Änderung. Das darf man nicht übersehen. Ihr könnt hier mit Kulturen jetzt manifestieren oder aufbauen, die so brutal defensiv sind. Und da habe ich noch ein Playthrough jetzt vor dem Patch noch gemacht. Und das war schon krass. Wenn ihr das Neue hier jetzt nehmt, seid ihr fast unsterblich, wenn ihr Verteidigungskriege führt. Das ist massiv stark. Man darf das nicht unterschätzen. Das zieht sich überall hier durch. Sehr, sehr gut, dass sie das verstanden haben. Und nur die Starken, die ich euch gesagt habe, die immer das Beste sind, sind genervt worden. Nur die Starken hat jetzt den Nachteil, dass eure Kriegsvolkregimenter kleiner werden und ihr weniger Kriegsvölker haben könnt. Dafür kriegen sie mehr Schaden. Das heißt aber, dass eure Kriegsvolkanzahl deutlich geringer wirkt. Was den Trade nicht mehr so stark macht. Ihr habt trotzdem noch die 100%. Ihr habt trotzdem noch die 2 Ritter. Und ihr habt halt plus 8 Kriegsvolkschaden zähl ich gern. Aber das wiegt das hier nicht mehr auf. Das heißt, dieser Trade ist deutlich schwächer geworden. Stattdessen ist Masse statt Klasse wesentlich besser geworden. Kasernen und Kriegsvölker erhöhen die Kriegsvolkregimentsschwelle. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Kaserne oder ein Kriegsvölker baut, kriegt ihr mehr, mehr Kriegsvölker als Regimenter. Was absolut krass ist. Und kriegt noch immer die positiven Trades. Keine negativen Trades mehr. Hier war mal eine riesige Liste an negativen Trades. Die sind alle weg. Ihr kriegt nur noch positive Trades. Masse statt Klasse ist jetzt durch diesen Patch besser geworden, als nur die Stärken. Deutlich besser. Das heißt, euer Kriegspotenzial hat sich ganz gewandelt. Noch stärker auf defensive Kriege. Noch stärker auf diese Kriegskunst-Traditionen, die man vorher eigentlich nie benutzt hat. Das zieht sich ja überall durch. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal alle gesehen. Aber die Traditionen sind geändert worden. Ihr habt viel mehr Fokus auf Gebäudeveränderungen und Gebäude-Buffs in diesen Trades mit drin. Was diese Trades nochmal, ich betone es nochmal, deutlich besser macht. Ich werde bestimmt irgendwas übersehen haben, was sonst noch verändert wurde. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen, ob es hier noch irgendwelche großartigen Änderungen gibt. So viel Zeit hatte ich jetzt noch nicht reinzuschauen. Ich kann mir vorstellen, dass sich hier irgendwo noch welche verstecken. Da müsst ihr mir einfach mal sagen, schreibt es unten rein, ob ihr noch was gesehen habt, was sich auch nochmal deutlich geändert hat. Es ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass Paradox hier eigentlich auf die Spieler schon passt. Und sagt, hör mal, wir müssen hier mal die Traditionen ändern. Denn diese Kriegstraditionen waren einfach Schmutz. Außer nur die Starken, was jetzt genervt worden ist, war alles andere Schmutz. Und deswegen ist es sehr gut, dass sie da endlich mal draufgegangen sind und gesagt haben, das müssen wir überarbeiten. Also Dankeschön Paradox, gerade für Freaks wie uns ist das perfekt. Jetzt hatte ich fast vergessen, eine kleine, aber doch sehr bedeutsame Änderung zu erwähnen. Denn der Krieg, wie ich es früher in einem Tutorial erklärt habe, was ihr euch gerne nochmal angucken könnt, da war es so, dass jeder Vorteil, den ihr hattet, euch 50% Schaden hinzugibt. Es ist aber verändert worden. Ab jetzt macht jeder Vorteil 10% mehr Schaden. Habt ihr also 11 Vorteile, macht ihr 110% mehr Schaden, nicht mehr 55% mehr Schaden. Da müsst ihr dringend aufpassen, der Vorteil eures Befehlshabers, des Geländes, und so was ich euch im Tutorial erklärt habe, guckt euch unbedingt nochmal an, ist nochmal dramatischer und deutlich dramatischer, als es vorher war. Da müsst ihr dringend dran denken. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Guckt euch einfach die Tutorials an, denn das ist hart. Wenn ihr jetzt auf einmal 100% bei 10 Vorteilen macht, statt 50%, kann euch das richtig töten oder euch halt einen enormen Vorteil geben, den ihr sonst niemals hattet. Eine letzte große Änderung, die aber irgendwie klein wirkt, aber wir können endlich nach vier Jahren, das ist wirklich ein Grund, warum ich dieses Video machen wollte am Anfang, nach vier Jahren die Nachrichten ändern. Leute, ihr könnt hier reingehen und alles einstellen, was ihr wollt. Die Darstellung müsst ihr selber mal testen. Ich Post, Feed, Pop-Up, Pop-Up ist klar, kriegt ein ganzes Fenster. Müsst ihr einfach mal selber schauen, was ihr da am besten findet. Aber ihr könnt sagen, Toast, Feed, Pop-Up oder nie bei manchen. Bei manchen Effekten natürlich nicht. Bei Erbenwechsel zum Beispiel würde ich es auch nicht empfehlen. Als solche Dynastiepracht, könnt ihr aber sagen, nee, will ich niemals. Da kriegt ihr keinen Banner mehr hier oben, ihr kriegt kein Pop-Up, nichts mehr. Ihr könnt sagen, das möchte ich haben. Ihr könnt auch endlich, endlich diese verfluchten Kindergeburten ausstellen. Wen interessiert es? Wirklich, wenn gerade, wenn ein Kind von irgendwelchen Verwandten kommt, hier bei euren eigenen Kindern, okay, wollt ihr sehen, bei irgendwelchen Verwandten interessiert doch keinen. Bitte, nerv mich nicht damit. Tu es einfach weg. Oder hier, Kindersprach erwerbt. Wie interessiert es? Weg damit. Auch haben wir niemals zu sehen. Ihr dürft also endlich Sachen ausstellen, damit weniger Pop-Ups in euer Gesicht reinfliegen, während ihr gerade Krieg führt. Es ist genial. Ihr könnt hier oben alles filtern, was ihr gerade haben wollt. Gerade für Krieg würde ich euch empfehlen. Wenn ein Krieg auf euch abzielt, drückt Pausieren. Denn ihr müsst ja eigentlich beim Krieg wissen, hey, hier kommt ein Krieg. Und nicht, Handel-Lore hat ein Kind bekommen. Nenn das doch bitte Dieter oder Hans. Das ist mir komplett egal. Aber ich will wissen, wenn ein Krieg auf mich abzielt, oder wenn ein Krieg auf meine Gebiete abzielt, das ist wichtig, dann möchte ich die Pause haben. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch alles pausieren lassen. Wirklich jeden Schritt, wenn ihr noch Schwierigkeiten habt, gerade am Anfang. So, dass ihr wirklich immer ganz sicher seid, was gerade passiert und nicht überfordert werdet. Oder auch, wenn ihr auf hohe Geschwindigkeit spielt, so wie ich, dann könnt ihr trotzdem hier Pausen reinlegen, damit ihr wisst, jetzt kommen zentrale Ereignisse, die dich wirklich betreffen. Und das wäre zum Beispiel, dass Krieg zielt auf dich ab. Und du kannst andere Dinge einfach abstellen. Eine der wichtigsten Funktionen, Crusader Kings 2 hatte das relativ schnell, oder sogar am Anfang schon. Crusader Kings 3 hat es nach vier Jahren endlich bekommen. Und auch da möchte ich Paradox nochmal danken, wo ich eher sagen muss, nächstes Mal bitte schneller. Und das macht das Spiel deutlich anpassbarer, schlachsiger und vor allen Dingen auch fokussiert auf das, was ihr wollt. Wollt ihr Rollenspiel haben oder wollt ihr Krieg haben? Wollt ihr verwalten? Und ihr könnt euch hier richtig auszummen, diese Nachrichteneinstellungen mitnehmen. Es hört sich nach nichts an, es ist aber eine gigantische Änderung, wenn es um euer Quality of Life geht und um eure individuelle Anpassung des Spiels. Ja, und das war es eigentlich. Für mich jetzt erstmal, sind bestimmt noch mehr Änderungen drin, schreibt alles in die Kommentare, was euch noch so aufgefallen ist. Für mich sind das die wichtigsten Änderungen, dass die Traditionen überarbeitet worden sind, Kriegstraditionen wieder relevant sind, wir neue Traditionen, neue Kriegsvölker haben, die genial sind. Und dass wir mit dem Eroberer ein Szenario aufbauen können, auch ohne DLC, das euch so richtig schön fordern oder aus den Latschen kippen lassen können. Oder ihr selber halt zum massiven, brutalen Eroberer-Welt, eine Geißel der Welt, um die ganze Welt zu unterjochen. Ihr könnt mir sagen, was ihr noch gefunden habt, wie gesagt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, ein Abo da, das würde mich freuen.